Willkommen zurück zu Eternal Legions! Yo, das letzte Mal habe ich ja eine relativ große Aufnahmesession gehabt, weil das mit der Tür, mit dem Portal, der Fragemeister und und und, das hat alles zwei Parts in Anspruch genommen. Yo, das schöne Geld haben wir gespendet, jetzt sind wir wieder arm, aber wenigstens geht es jetzt weiter in der Terra-Schlucht, denn wir wollen ja nach Terra City, wo Oralas Mutter sein sollte. Ich hoffe, die ist nicht genauso eingebildet wie Orala. So, los geht's, hopp! Was ist denn? Ah, okay. Die Terra-Schlucht, die kennen wir ja schon ein bisschen, da hat sich Rena verdünnisiert, als sie auf wundersame Weise dem Dämon entkam, den wir ja eigentlich verfolgen. Ja, ich bin ja mal gespannt, auf was das noch hinausläuft. Das wird noch irgendwelche Konsequenzen haben. Ich habe ein ganz unruhiges Gefühl nach wie vor. Aber bis dahin wird es wahrscheinlich noch dauern. Uns fehlen noch drei Kügelchen von diesen Kristallen da. Kristallkügelchen, Elementteile, was auch immer. Hauptsache, äh, jo. Wir finden sie alle. So, was haben wir denn hier? Wo soll ich denn sonst nix? Gut. So, Klubschis, ihr wart ja schon mit Rena alleine kein Problem. Jetzt wollt ihr mich hier knuffen, oder was? Da habe ich schon mal überhaupt keinen Respekt vor euch. Sehr schöner Schaden. Also, Rena haut richtig gut rein, muss ich sagen. Wer hat's drauf? Selbst wenn's nur ein Quit war. Alle Achtung. So, äh, wie war denn das hier nochmal? Durften wir da das letzte Mal mit Rena rein? Ja, da war eine Kiste drin, genau. So, was sagt uns das? Terra-Schlucht, okay. Jetzt dürfen wir wahrscheinlich weiter in die Richtung. Ich frage mich, ob der Dämon da oben noch ist. Wahrscheinlich nicht, ne? Aber ich gucke einfach mal. Natürlich geht's nicht. Sie hätten wenigstens irgendeinen Dialog sagen können, oder so. Na gut. So, und ab jetzt ein neues Gebiet. Hallo, Hund. Der hat's aber eilig auf mich zuzukommen. Ich hab gedacht, er wollte spielen. Oh, ne, okay, der hat zwei Köpfe. Mit dem spiel ich nicht. Sonst können sie sich auch gegenseitig speisen. Das fände ich viel lustiger. Schreckenswolf. Naja. Weg damit, würde ich sagen. Nur ein einziger. Der hält ein bisschen mehr aus. Wie man merkt. Wow, der hält echt mehr aus. Er hat seine Attacke um elf erhöht. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob er zum Zuschlagen kommt. Nein. Okay, interessant. Endlich mal ein bisschen stärker. Aber er konnte mir leider nicht zeigen, was er drauf hat. So, da haben wir einen Äther bekommen. Oh, schöner Vogel, schöne Aussicht. Ha. Hier mag ich's. Die Schlucht ist echt schön. Auch wenn der Nebeleffekt ein bisschen seltsam ist, finde ich. Oh, na gut. Ist hier ein Geheimnis? Nein. So, kann ich da nach rechts? Ja, könnte ich. Will ich das, ist die Frage. Oder will ich da hoch? Da ist noch ein Wolf. Hey, ich wollte den Wolf machen. Na gut, ich kann auch später zum Rückweg machen. Ich mach euch einfach zum Rückweg. Der eine ist so zielstrebiger auf mich zu. Und die sind jetzt blöd wie... Was weiß ich. Aha. Ich weiß jetzt halt nicht, ob's hier weiter geht oder da unten rechts, ne. Das war wieder keine Ahnung. Aber da will ich auf jeden Fall versuchen durchzukommen. Ich glaube, aber das geht gar nicht. Ich kann... Oh, da doch. Moment. Hier, an der Stelle. Wenn überhaupt, dann an der Stelle. Warte mal, dann mach ich noch ein bisschen Vorarbeit, glaub ich. Obwohl, ne, ich weiß nicht. Ach, ich schiebe einfach mal. Ich werde ja schon sehen, wozu es führt. Ja, das ist doch total einfach. Was mach ich denn da lang rum? Der Heatrank. So, und schauen sie mal drüber. Mensch, wo geht's denn weiter? Ich glaub, hier geht's weiter, oder? Das ist so groß. Ja, wenn's hier weiter geht. Was ist da oben? Da geht's auch weiter? Ne. Ah, da ist nur ne Kiste. Okay, ne Potion. Okay, dann geh ich jetzt nochmal schnell zurück. Und guck, was mit dem unteren Weg ist. Vielleicht kommt da irgendwie ne Versperrung oder so. Damit ich gezwungen bin, hier auf den Berg zu klettern. Wird doch Sinn machen. So, ja, der ist jetzt wieder eilig. Der lasst mich nicht vorbei. Oh, zwei? Mhm. Aber nachher, okay, es sind aber nur Wölfe. Keine Schreckenswölfe. Mal gucken, was die drauf haben. Ich hab halt zwei Schreckenswölfe. Die wären jetzt mal anspruchsvoll gewesen, ne? Aber nö. Obwohl, der hält auch einiges aus. Der überlebt sogar eine Runde. Interessant. Ja, ich freu mich drüber. Da hab ich mir jetzt mal was. Magie werde ich trotzdem nicht einsetzen. Wofür sind sie mir noch zu freundlich. Gut. Zwei Hunden haben trotzdem gereicht, dank des Quids. Okay. So, Hundi. Wie friedlich, ne? Wir laufen einfach so nebenan. Okay, was haben wir hier? Da muss ja sehr der Bonus sein. Komm schon. Ach, ich weiß es nicht. Dann bleibt uns nichts anderes übrig wie... Checken, checken, checken. Erstmal Klubschis töten. Haben wir ja schon so lange nicht mehr gemacht. Fast fünf Minuten, ey. Okay. Als Trophi. Immer Trophi. Ja. Da hilft nichts anderes. So, nach dem Part gehe ich erstmal gemüsslich was essen. Also, auswärts essen gehe ich heute mal. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich weiß nur noch nicht was. Ich hätte irgendwie Bock auf Pizza. Aber Pizza kann man sich eigentlich auch... Ah, ich weiß nicht. Oder ich gehe zum Griechen. Griechen hat was, ne? Na ja. Ich werde mich schon noch einigen, zu was ich... Zu wem ich gehe. Auf jeden Fall werde ich satt. So, ähm... Jetzt aber erstmal... Okay, da unten ist nichts mehr. Schauen wir doch mal. Ha, cool. Also, so wie die Kiste da positioniert ist, muss ja was Besonderes drin sein. Wie den Fahnen und so. Jetzt wäre da so ein legendärer Schatz drin. Legendärer Schatz, da erinnere ich mich gerade an was. Ganz am Anfang von dem Spiel. Da haben wir doch mal so ein Schwert... Theoretisch gefunden, ne? Aber das wollte irgendwie nicht. Naja. Da muss ich auf jeden Fall dran denken, wenn ich jemals wieder zurückkehren kann. Wahrscheinlich so gegen das Endgame. So, dann bin ich aber mal gespannt, was da drin ist. Titan erhalten. Äh, Titan. Also, äh, der Aufruf nehme ich an, ne? Cool. Coole Sache. Wie war das? Das ist jetzt gleich mit ihm verbunden. Oder muss ich das noch irgendwie... Ähm... Ne, da ist er. Titan. 35. Steinschleuder. Klingt natürlich nach dem Erde-Element. Sehr gut. Den werden wir uns natürlich einfach mal, just for fun, gleich angucken. Gut, dann habe ich ja wohl den Bonus hier gefunden. Schöne Sache. Da ruht der Titan. Fae Onen. Damit ein Held kommt und die Truhe öffnet. Warum haben das die Leute vorher nicht schon gemacht? Egal. Ich bin ja froh drum. So. Hey. Jetzt weiß ich auch, warum ich dich aufgehoben habe. Siehst du? Du bist mein Opfer für... Titan. So, wollen wir gleich mal gucken. Ähm. Steht da? Kostet 35? Aber wird sein Ding sicher wert sein. Jäh. Der Erdspalter. Oh, schade. Das geht ja nur auf einen. Oh. Ah. Okay. Okay. Sanus aus. Cool. Sehr schön. Mensch. So machen Gegner wieder Spaß. Richtig fettes Erde-Element. Gute Sache. So. Ein Wolf kommt da, glaube ich, noch. Den ich ignoriert habe. Oder zwei sogar. Ach, jetzt muss ich erst wieder hier bauen, aber das ist ja... Ach, ständig drückt ich zum Schieben die falsche Taste. So, Wölfchen. Auch du musst noch weg. Ich bin sogar so freundlich und werde dich nicht mit Titan machen. Ja, ich bin ganz netter. Okay. Ein Crit, jawohl. Ein Crit gelübt, ja, damit der Wolf in der ersten Runde stirbt. Was gefällt mir? Oh, der hat auch seine Attacke erhöht. Obwohl es ein normaler Wolf ist. Ja, schauen wir mal. Warum war das nur am Anfang ein Schreckenswolf? Das sind ja eigentlich alle gleich. Vielleicht war es auch wieder nur ein Fehler. Tja, zweimal gebufft hat sich der Guter, aber leider nicht zugeschlagen. Und da regnet es Levels, wie schön. So. Da, ach ja, da geht's ja weiter, genau. Da oben war ja ein Schatz. Komm her. Ich will nicht wieder so eine Lufia-Tanzparade haben. Das war damals was. Oh Mann. Jawohl, haben wir auch noch geschafft. Sehr gut. Das Level macht sich natürlich auch langsamer. Aber sicher, ob ihr merkt, weil wir sind ja schon teilweise Level 21, 22, 20. Das lässt sich hören. Dafür, dass ich mich noch so unglaublich am Anfang fühle. Ich kann halt auch das Spiel nicht einschätzen. Wenn wir fünf Kristalle sammeln müssen, wir haben jetzt zwei Fünftel. Ob es dann erst richtig losgeht oder ob es dann fertig ist, ich weiß es nicht. Wer seid denn ihr? Da kommen ein paar Leute auf uns zu. Vielleicht wissen die aber etwas. Die sehen jedenfalls schon aus wie Buchfetischisten. So, Jehovas? Ähm, was? Bucha? Hä? 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 Auf jeden Fall sind sie hübsch. Ich mag es ja nicht, wenn andere lange tratschen. Aber wenn man nicht mal versteht, was sie sagen, dann... Wir möchten, dass sie mitkommen. Aber etwas niedliches hat sie ja. Autsch! Ihr habt doch nichts Falsches gesagt. Blubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubbl Punkt. Kommt ihr nun? Haltet euch einfach an unsere Beinen fest. Hä? Ich kann selbst laufen. Wenn alle Mädchen bei uns so drauf wären. Wozu das Ganze? Das würde ich auch gerne mal wissen. Wir wollen euch zu unserem Reich bringen. Aber keine Sorge, wenn ihr euch festhaltet, dann geht es ganz schnell. Könnt ihr fliegen oder was? Genau. Wir wollen euch vor allem übel bewahren. Wir müssen euch hier wegbringen, bevor es zu spät ist. Wir kommen gut alleine zurecht. Wenn ihr denkt, ihr könnt uns zum Narren halten, habt ihr euch getäuscht. Verschwinde, solange wir euch lassen. Ihr habt es wohl immer noch nicht begriffen. Wenn ihr meint, ihr kommt ohne uns klar, dann sei es so. Gehen wir, Luca. Okay. Ich habe das Gefühl, diese Personen haben etwas mit dem Dämonen zu tun. Erinnerst du dich noch, wo dieser eine Irre angegriffen hat, im Wald, meine ich? Hm. Stimmt. Und wie die beiden Personen einfach verschwunden sind, äußerst verdächtig. Ich hatte eigentlich nichts gegen die. Vielleicht eine undeutliche Sprache, aber sonst... Gehen wir weiter. Ich möchte diese Göhren schnell vergessen. Uh, das ist ein Eifersüchtiger. Ja, die waren echt hübsch. Aber sie waren sonderbar. Ich weiß nicht, ob sie Freund oder Feind waren. Ich würde so sagen... Ja, aber wenn ich mir das jetzt mal überlege... Schön, dass Rena mich daran erinnert hat. Dieser Angreifer im Wald damals, der hat uns ja auch von wegen... Höh, Rena, pass auf. Sie ist sonst was böse und so. Und... Ähm... Jetzt das. Und... Sowieso der Zwischenfall mit Rena und dem Dämon. Das lässt alles darauf schließen, dass diese... Rasse, sag ich mal, die sich einfach so wegteleportieren können... Dass sie vielleicht die Guten sind. Ja, das könnte sehr gut sein. Ah ja, mal abwarten. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass Rena böse ist, aber vielleicht wird sie ausgenutzt oder... Sie ist einfach unblöd. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Es ist noch zu früh für Spekulationen. Ich vermute einfach mal, dass wir das erst beim Erhalt des 5. Kristalls erfahren. Wenn ich mal ganz locker einfach versuche, das Spiel den Storyverlauf zu erraten, total klischeehaft denke, dann werden wir nach Erhalt des 5. Kristalls, bis dahin geht alles gut. Dann wird Rena irgendwie so eine super krasse Macht zeigen, dann kommt der Dämon, er nimmt uns alle 5 ab, dann zerstört er die Welt und dann werden wir in einem Endzeit-Szenario das große Finale erleben. Das ist meine Prognose. Ob ich recht habe, keine Ahnung. Wir werden ja sehen. Terra wünscht keine Leute aus Khalid. Was? Terra wünscht keine Leute aus Khalid? Warum? Tue ich müffeln oder was? Ich glaube, es geht los. Ich habe mich zu akzeptieren. Jetzt haue ich auf den Putz. Ah, jetzt kommt wieder ein Schreckenswolf. Ja gut, das ist der einzige Unterschied. Ein Schreckenswolf kommt alleine. Vielleicht ist er ein bisschen stärker, glaube ich. Ich will zwei von denen. Macht es mir doch nicht so einfach, Leute. Gibt mir eine Herausforderung. Ah, push dich. Aber zeig auch mal was davon. Wie wäre es? Ja gut, er ist definitiv ein bisschen stärker, aber nicht stark genug. Er bringt so wenig. Nicht wirklich viel mehr wie die Wölfe. Naja. Nicht motzen. Vielleicht kommt ja noch die Herausforderung. So, ich glaube, ich kann nach links. Ich werde doch noch links müssen. Äh, nicht nach links müssen. Deswegen gehe ich nach links. Yay. Oh, Klubschis. Ich wollte gerade den Schatz holen. Ich mag euch nicht. Hier sieht es ganz schön müde aus. Also von der Landschaft her. Das war vor allem noch viel grüner. Belebter. Naja. So, Klubschis. Die bringen ja gar nichts mehr mit ihren 21er-Fang. Das ist doch ein Witz. Mega-Elixier. Aha. Dankeschön. Bin ja mal gespannt, wann ich mal ein Item zücken muss. Gut. Weiter. Ich denke, das war es jetzt mit der Schlucht. Jetzt geht es langsam Richtung Ausgang. Aber erst. Push. So macht man das. Erst die Kiste, dann mit dem Hund die Spiel. Ah, es sind wieder zwei. Aber immerhin, was ich die ganze Zeit kritisiert habe. Oh, immer die gleiche Konstellation. Jetzt gibt es wenigstens mal einen Wechsel zwischen Schreckenswolf und Wolf. Das ist ein Fortschritt. Das hat man in den früheren Dungeons sonst nicht gehabt. Okay. Der puscht sich ohne Ende. Aber wie immer wird es ihm das nicht bringen. Es tut mir sowas von leid. So, hauen wir mal schön drauf hier. Ach, so, Post muss ich heute auch noch. Naja, wird ein schöner Stadtbummel. Weil war ich letzte Woche erstbummel. Ah, naja. Ich habe noch ein bisschen was von Weihnachtsgeld übrig. Das muss weg. Ich habe mir eine schöne Lederjacke gekauft. Die war runtergesetzt in 10a. Ich mag das 10a. 10a ist ein tolles Ding. Nicht so überteuert wie die anderen Dinger und irgendwie so männerfreundlich. Ist euch das schon mal aufgefallen? Da ist vor... Also bei unserem C und A zumindest. Da ist vor der Umkleidekabine. Und ihr wisst ja, wenn die Frau mal wieder ein bisschen länger braucht. Dann ist aber direkt davor ein richtig gemütlicher Sessel. Nur für Männer. Das finde ich super. Deswegen mag ich 10a. Kann man sich einfach hinplacken und abwarten. So, Wolf Lies. Jetzt haben wir mal gut hier. Ich will hier raus. Ah, wenn ich so auf die Uhr gucke. Wir werden wohl Terra noch erreichen. Und dann einen Cut einlegen. Mal schauen. Kommt natürlich auch ein bisschen auf den Speicherpunkt drauf an. So. Ja, dieses Button-Smashing hier die ganze Zeit. Ich sollte mal vielleicht auf die HP schauen. Vielleicht ist ja einer schon fast tot. Und ich merke es nur nicht. Das wäre ein bisschen peinlich. So, das war's. Wir sind draußen. Yay! Mal umgucken. Oh, Terra, die sieht ja sehr klassisch gehalten aus. Habe ich mir jetzt irgendwie fortschrittlicher vorgestellt. Ich würde gerne erst nach Terra gehen. Sehen wir später nach St. Mers, wenn wir nach Felucia absetzen wollen. Okay. Gut, wenn du das willst. Terra City! Okay, da sind wir nun. Terra City ist ja ziemlich klein. Dann lass uns erstmal meine Mutter suchen. Das wird ja schnell erledigt sein. Das überrascht mich jetzt, dass Terra City klein sein soll. Mal sehen, ob das stimmt. Hallo. Hallo. Ich bin unzufrieden mit der Lage. Nichts passiert. Ich habe gehört, in Kalit soll ein Fest stattgefunden haben. Ich hasse Kalit. Hätten sie uns früher nicht ruiniert, hätten wir auch so ein Fest. Achso, deswegen der Hass. Habe ich ganz vergessen. Die hatten ja Krieg. Hä? Ich wollte gar nicht in das Haus. Hallo. Wer bist du? Äh, wer bist du? Und was willst du? Ich suche meine Mutter. Du bist mir lustig, Kind. Glaubst du, ich habe sie hier versteckt? Äh. Dann bin ich hier wohl falsch. Ja, solltest du das nur erraten. Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass ich in das Haus gelatscht bin. Na gut. Jetzt bin ich schon mal hier, ne? Gott. Aurala wird es jetzt wirklich jeden fragen. Mama, bist du es? Naja, gut. Musst du wissen. Die ist doch viel zu jung für deine Mutter. Denk doch mal. Hier haben wir nichts mehr verloren. Ich wüsste gern, wozu diese Mauer noch dient. Ich finde, es wirkt alles so, als wenn man noch von einem Angriff ausgeht. Man wird sich wohl nie mehr sicher fühlen hier. Hier haben wir wohl nichts mehr verloren. Alter, nervt mich. Ich bin doch gar nicht da rein. Hallo. Ich hoffe, ich kann euch helfen. Unsere Gilde in St. Mers verkauft seit Tradition diese Mega-Savesteine. Äh, Savesteine. Savesteine? Das klingt cool. Das klingt einem Let's Player genau, ähm, recht. Naja. Äh, kann man sagen, dass es eure Erinnerungen aufbewahrt? Doch der Clou bei der Sache ist, dass ihr völlig regeneriert werdet. Cool. Ich kann Speicherpunkte kaufen. Das war ziemlich teuer. Aber das ist super, Leute. Das brauche ich. Ich habe mich schon so geärgert, wenn ich mal nicht zwischen-safen kann. Was soll denn gekauft werden? Ja, ein Spielstand. Warte mal. Oh, das ist teuer, ey. Ich habe 13.000. Ich kaufe mal so drei Stück. Coole Sache. Das ist, das finde ich super. Der Bürgermeister hat was gegen Ausländer. Ich würde vorsichtig sein, wenn ihr mit ihm sprecht. Ich wüsste gern, wozu dieses... Ach so, haben wir schon. Okay, ich war hier noch nicht drin. Mutter? Hm? Alter, die ist so jung. Sind sie meine Mutter? Oh Gott. So facepaulnder Typ. Ich? Nicht, dass ich wüsste. Ich mag solche Verarschungen nicht. Nur weil ich zeugungsfähig bin, werde ich mit diesem albernen Scherzen beleidigt. Das ist nicht lustig. Äh, tut mir leid. Junge, du weißt schon, dass du eine Mutter suchen musst, die... Ich sag mal, mindestens 35 ist, ne? Aber aller mindestens. Oh, jetzt fragt er die nächste, ey. Guten Tag, sind Sie Frau Kenji? So kann man, so kann man fragen. Das ist auch schon viel vernünftiger. Was willst du denn? Bist du es, Mutter? So ein Schwachsinn. Du bist lustig, Junge. So, und jetzt... Und jetzt mach, dass du hier rauskommst. Oh Gott, ist das peinlich, ey. Ich bin mit einem Volltrottel unterwegs. Damit meine ich ausnahmsweise nicht Phil. Wenn du den jetzt nach Mutter fragst, Alter! Ich glaube nicht, dass dieser fette Mann meine Mutter ist. Was wollt ihr hier? Wir wollen nur schauen, ob eine gewisse Frau Kenji hier wohnt. Ja. Nicht mehr. Seit zehn Jahren schon nicht mehr. Aha, aber immerhin. Zehn Jahre, das ist eine lange Zeit. Wisst ihr, wo sie nun wohnt? Ja, und Feluzia. Sie wollte mich nicht heiraten, also ließ ich sie gehen. Dann hab ich mich gehen lassen, wie ihr seht. Äh, was willst du von ihr? Nichts, schon gut. Tja, und Feluzia geht dann wohl die Suche weiter, aber ich will hier in Terra City verweilen. Hm, das steht da nicht. Ach nee, das sind keine Briefe oder so, oder? Nee. Guckt in Feluzia, da habt ihr größere Chancen als hier. Wir denken, dass Feluzia ziemlich groß ist. Es wird keine schnelle Sache. Ja, kein Ding, wir haben ja Zeit. Sie wohnt also in Feluzia. Das Suchen hat hier definitiv keinen Zweck mehr. Von hier kommen wir nie nach Feluzia. Feluzia. Außerdem hat es nicht den Anschein, dass wir hier eine Elementkugel finden. Ich könnte gut mal wieder neue Waffen vertragen. Wie wär's, wenn wir uns mal wenigstens ein paar neue zulegen? Gute Idee. Außerdem können wir noch den Bürgermeister dieser Stadt fragen, ob er etwas über die Kugeln weiß. Jaja, Leute, ich werde doch jetzt hier nicht gehen wollen, nur weil Mami nicht da ist. Ich glaub, es geht los. So, bevor wir einen Cut machen... Nee, da geh ich noch nicht hin. Ich geh noch in das Haus und dann... Ja, dann dürfte ich mir das merken bis zum nächsten... Oh, kaufen. Ja gut, dann kaufen wir halt noch. Obwohl, ist das jetzt verschlossen? Okay, und das? Auch verschlossen. Okay, dann geht's ja noch. Ich dachte, das ist so ein miesen Haus. So, was gibt's denn hier? Ach so, das Gasthaus. 35 Guild pro Nacht. Ja, komm. Schlaf mal halt. Damit das nicht ein Vergessenheit gerät. So. Na? Okay, ich dachte schon, das ist eine Story-Nacht oder so. Also, wenn ich sein kann. Gut, Freunde, wir werden natürlich Terra City weiter erkunden und shoppen gehen. Ich geh jetzt erst auch mal shoppen, essen und so weiter und so fort. Ich wünsch euch was. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heißt. Let's Play Eternal Legions. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.